Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Phantasian Hotel Matamba. Das Matamba hat endlich auf und damit haben jetzt alle drei Hotels offen. Welche drei Hotels gibt es eigentlich im Phantasialand? Lingbao, Tazenberg und Matamba. Genau, alle anderen Hotels findet ihr oben in der Videobeschreibung, unten in der Videobeschreibung oder oben im i. Wir schauen uns heute mal das Matamba nochmal an, da ist ja einiges passiert. Die Außenfassade sieht ja schon ziemlich nice aus und da geht es jetzt hinein. Würde ich sagen, ich freue mich schon auf die erste Übernachtung hier in diesem Jahr. Wir haben gerade eingecheckt und haben alle wichtigen Informationen bekommen. Die wichtigste Information ist, dass das Zimmer leider noch nicht bezugsfertig ist. Spätestens um 15.30 Uhr könnt ihr aber dann auf das Zimmer gehen. Was braucht man denn? Zu Corona-Zeiten gibt es ja eine besondere Sache, die man auf jeden Fall beachten muss, wenn man das Matamba besucht. Genau, und zwar kriegt man an der Rezeption so ein Bändchen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter wissen, dass ihr geimpft seid, genesen seid oder getestet seid und negativ seid. Also auf jeden Fall eine gute Sache, die sollte man auch immer anhaben, auch wenn man den Park betritt. Und das Matamba hat natürlich seit letztem Jahr auch in einem Parkeingang. Und genau, das muss man dann mit der Eintrittskarte vorzeigen und dann guckt man in den Park. Genau, und man kann sich natürlich auch vor Ort testen, wenn man das möchte. Gegenüber vom Haupteingang ist ein Testzentrum in der Eventlocation Stocks. Das ist hier quasi vorm Testzentrum. Das ist im Stocks, genau gegenüber vom Haupteingang. Einmal über die Straße gehen und dann ist da das Stocks. Ich war in dieser Eventlocation noch nie drinne und bin jetzt mal gespannt. Ja, ich komme gerade vom Testzentrum. Das ging alles gerade sehr, sehr reibungslos. War tief in den Nasen. Das interessiert immer viel. Wie haben die das gemacht? Es war Rache und Nase. Rache und Nase, okay. Also ich bin zweimal geimpft, deswegen brauche ich nur meinen Impfausweis. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht testen lassen. Nur so zur Information, warum ich das nicht gemacht habe. Aber es ist schon mal angenehm, Mund und Nase. Genau. Und es ist auch genügend Platz. Das Testzentrum hat, glaube ich, von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr auf. Da könnt ihr euch online einfach einen Termin reservieren. Da geht es relativ einfach und relativ zügig. Der Test darf dann nicht älter als 48 Stunden sein. Wir empfehlen euch immer, macht den Test in eurer eigenen Stadt. Und falls ihr länger bleiben wollt, müsst ihr den Test nach 72 Stunden nochmal erneut vorzeigen. Und dann könnt ihr hier in Stoxx gehen und euch da testen lassen. Wir gehen jetzt erstmal in den Park und werden den Tag da genießen. Genau. Das ist der separate Parkangang für Hotelgäste. Man kommt praktisch dadurch direkt nach Afrika und man steuert eigentlich sofort auf die Black Number zu. Eine super Sache. Finden wir gut, dass es das halt letztes Jahr gibt. Dieses Jahr gibt es leider keine EAT auf Taron und Raik, wie ihr das in den letzten Jahren kennt als Hotelgast. Vielleicht wird sich das noch ändern. Und auch zu den Eintrittskarten ist es so, wenn ihr ein Hotelzimmer habt, habt ihr auf jeden Fall immer die Möglichkeit, Eintrittskarten für den Park zu bekommen. Schaut mal auf der Webseite nach. Da gibt es sehr lukrative Zwei-Tagest-Tickets-Preise für Hotelgäste. Und auch wenn ihr eine Jahreskarte habt, könnt ihr auch einfach reinkommen ohne Anmeldung. Ihr zählt einfach zum normalen Hotel-Kontingent hinzu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben jetzt 15.30 Uhr, das heißt, wir können jetzt einchecken und das werden wir jetzt tun. Wir können jetzt auf jeden Fall einchecken. Wir haben jetzt den Koffer geholt aus dem Auto raus und ja, jetzt geht es los ins Hotelzimmer. Wir können jetzt den Koffer geholt. Ihr seid's, kommt doch herein. Ich zeige euch jetzt das Zimmer hier in Matamba und es ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Und zwar links ist das Kinderbett. Ja, da müssen die Kinder sich sogar direkt nebeneinander legen. Eine schöne Schlafkohle. Ich finde, das sieht ja mega gemütlich aus. Also wenn ich ein Kind wäre, ich würde mich da auf jeden Fall drin wohlfühlen, glaube ich. Man ist auch ein bisschen abgespackter von den Eltern. Zeige ich auch gleich, wo das Bett ist. Hier kann man die Koffer hinstellen. Man hat auch die Möglichkeit, die Sachen aufzuhängen, wenn man Jacken hat. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Sachen aufzuhängen. Hier hat man einen großen, großen Kleiderschrank. Ja, sehr, sehr nice. Der Detail ist halt einfach ein Ast, oder? Ja, es ist so cool. Genau, und dann haben wir direkt gegenüber vom Kleiderschrank das Badezimmer. Ich finde das Badezimmer richtig gut. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Das Heide vom Badezimmer ist halt einfach hier die Dusche. Die ist halt echt riesig. Aber Kevin, ich finde selbst dieses Waschbecken finde ich halt auch mega cool. Das könnte ich mir auch für zu Hause vorstellen. Genau, hier haben wir das Bad. Dann geht es weiter zum Highlight des Zimmers. Das schöne, große Bett mit Insekten. Wer heißt das hier? Insekten, komm Kevin. Insekten. Schutz. Insektenschutz. Ja. Musst du mal aufmachen. Wir haben das noch nie aufgemacht. Haben wir noch nie aufgemacht? Nee. Ich glaube, du kannst das ganze Bett damit dann einwöhnen. Ja. Müssen wir später mal ausprobieren, oder? Machen wir später, ja. Muss auch zu lange. Genau, hier ist das Bett. Genau, man hat quasi Nachttischlampen. Dann hat man hier noch einen Schreibtisch. Genau, Schreibtisch, weil wir Stammgäste sind hier. Das heißt, wir haben in einem Jahr zehn Übernachtungen gehabt. Das ist auch schon länger her. Ich glaube, das ist das dritte Jahr jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, dann kriegen wir hier tatsächlich in Afrika Wasser und Brot. Im Lingbau ist es eine Sektflasche und Obst. Und hier ist es Brot mit, süßes Brot mit Marmelade. Ich glaube, selbst gemacht sogar. Und Apulina. Genau, Wasser ist hier nicht standardmäßig auf den Zimmern drauf. Das ist nur im Lingbau dann der Fall. Genau, weil hier ist auch ein Stern weniger als im Lingbau. Deswegen gibt es hier nämlich auch keinen Pool. Wundert euch nicht, hier gibt es keinen Pool. Wenn sich Kevin umdreht, dann seht ihr auf jeden Fall die wunderschöne Aussicht hier auf das Hotel Matamba. Und unter uns ist, glaube ich, das Restaurant. Genau, also hier unten ist quasi das Buffet-Restaurant. Da hinten ist das à la carte-Restaurant. Und da gegenüber ist quasi unten die Rezeption und auch die Bar. Und was es auch nicht gibt in dem Hotel, ist quasi ein Room-Service, oder? Room-Service gibt es nicht, genau. Das heißt, man muss selbst schnick seinen süßen Puppen bewegen, um nach unten zu gehen und was zu essen und zu trinken zu holen. Aber im meisten Fällen, also wir benutzen das halt nicht. Also haben wir noch nie den Room-Service genommen. Aber ist ja nicht weit weg. Kommt man mit Aufzügen immer ganz gut runter. Und es gibt auch auf den Fluren, auf den Gängen hier Automaten, wo man sich auch Getränke holen kann. Und es gibt auch auf den Fluren, auf den Gängen hier Oi-Lowo-Geräusche. Und es gibt auch auf den Fluren, wo man sich auch getränke. Und es gibt auch die Bauchstупze. Und es gibt auch auf den Fluren, wo man sich auch gerne er glamourt. Das Zimmer sieht schon ziemlich nice aus, aber es gibt natürlich auch noch die ein oder anderen Hotelinformationen, die ihr unten an der Rezeption bekommt, wie das zum Beispiel mit dem Frühstück aussieht und das erzählt euch die Vivi alles mal. Genau, und zwar gibt es Frühstück von 7 bis 11 Uhr. Ihr müsst vorher eine Rezeption eine Zeit haben, also reservieren und dann habt ihr 45 Minuten Zeit zum Frühstücken. Genau, das auch und essen weiter zum Restaurant und zwar das Zambesi hat leider nur auf, das Buffet-Restaurant, das Alacate hat noch zu. Täglich von 18 bis 22 Uhr könnt ihr im Buffet essen. Das ist aber auch nicht garantiert. Wir haben ja aktuell auch den Fall, dass wir gerade eingecheckt haben, haben um 10 Uhr nach einer Reservierung gefragt fürs Essen um 9 Uhr und das Buffet-Restaurant ist komplett ausgebucht. Bucht das am besten im Vorhinein. Wir haben auch noch Alternativ-Restaurants gerade bekommen von der Rezeption, die können wir euch auch gleich mal zeigen. Genau. Dann gibt es noch die Bar, die Jafari-Bar, die hat von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Da müsst ihr auf jeden Fall nicht reservieren, da könnt ihr auch noch snacken zwischendurch, also wenn ihr jetzt im Buffet nichts isst und ihr habt nicht mehr allzu viel Hunger, weil ihr vielleicht vorher schon im Park gegessen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit dann dort snacken. Entschuldige. Das WLAN ist free, das heißt, ihr könnt hier das WLAN benutzen im Hotel. Das ist ganz praktisch. Wir wurden gerade unterbrochen, weil die Klimaanlage hier funktioniert nicht ordentlich. Jetzt ist sie aus, weil die super laut ist. Wenn das mal vorkommt, einfach an der Rezeption Bescheid sagen. Die schicken meistens einen Techniker hoch, der sich darum kümmert. Genau. Und wo sind wir stehen geblieben? Hygiene und Regeln. Also Maskenpflicht ist natürlich außerhalb des Zimmers überall. Hände desinfizieren, das übliche Abstand, das kennen wir ja langsam schon alles. Genau, wenn ihr an euren Plätzen dann gebracht werdet, zum Beispiel auch beim Abendessen, dann könnt ihr natürlich auch die Maske ausziehen. Genau. So, Bezahlung. Also es gibt einen Quick-Checkout. Wenn ihr schon alles bezahlt habt, empfiehlt sich wirklich immer alles vorher zu bezahlen. Denn ihr könnt euch die Sachen natürlich auch aufs Zimmer schreiben lassen, aber dann habt ihr das Problem beim Auschecken, dass ihr euch wieder eine Rezeption anstellen müsst, um dann noch den Rest zu bezahlen. Und wenn ihr nichts mehr offen habt, könnt ihr auch einen Quick-Checkout machen. Das heißt, einfach die Karte irgendwo reinschmeißen und dann könnt ihr das ganze Hotel auch verlassen. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Zum Thema Parken. Parken ist ja gegenüber vom Hotel. Da müsst ihr auch an der Rezeption am besten nach einem Ausfahrticket fragen. Wenn die euch nicht darauf ansprechen oder vergessen, euch darauf anzusprechen, dann kriegt ihr extra so ein Ticket, wo ihr auf jeden Fall wieder rausfahren könnt. Weil meistens sind die Schranken im besten Falle unten. Vivi, eine Sache darf da logisch nicht fehlen. Eine Information müssen wir euch noch geben. Die haben wir im letzten Video auch nicht rübergebracht. Es gibt aktuell im Lingbau und im Matamba keine Quick-Pässe. Das heißt, normalerweise hat man immer einen Quick-Pass pro Tag bekommen, also zwei Quick-Pässe pro Aufenthalt. Und dann konntet ihr eine Attraktion quasi schneller fahren oder mit Quick-Pass fahren. Das gibt es aktuell zurzeit nicht. Das gibt es nur für die Hotelgäste aus dem Charles-Limberg. Die dürfen dann einmal fly fahren. Oder zweimal. Ich dachte, du wolltest gerade den Bettentest ankündigen. Ich mache mich hier schon so warm für den Sprung. Und dann kommt der Quick-Pass. Wir wollen auch ein bisschen Informationen rüberbringen. Aber dann mach du mal den Bettentest. Bitte lasst die Einrichtung ganz. Der Haustechniker ist ja eh gleich da. Der kann das Bett dann auch direkt mit präparieren. Und? Ja, so viel war angenehmer als mein erster Sprung. Die mussten wir rausschneiden. Da habe ich mir schon ein bisschen weh getan. Aber ja, es ist halt nicht die Lingbou-Betten. Es ist halt nicht Lingbou. Es ist okay. Definitiv. Aber Lingbou würde ich ja bevorzugen. Oder Kevin? Leg dich auch mal rein. Ja, also das ist ein bisschen härter. Aber es ist halt auch in Ordnung. Also ich glaube halt, wenn man halt so den direkten Vergleich von Matamba und Lingbou hat, ist das Lingbou natürlich ein bisschen bequemer. Aber das ist jetzt auch vollkommen in Ordnung. Ich bin gespannt, wie wir schlafen werden. Ich auch. Aber ich glaube, das geht. Haustechniker war gerade da. Klimaanlage kühlt. Aber wenn ihr noch schneller eine Abkühlung haben wollt, gibt es hier analogisch auch eine Bar. Die heißt nämlich wie? Jafari Bar heißt die. Und die ist wirklich sehr gut. Und da geht es jetzt hin. Da kann man Getränke trinken und auch kleine Snacks essen. Und das schauen wir uns nochmal an. Ja. Wir sitzen jetzt hier gerade im Außenbereich der Jafari Bar. Und hier könnt ihr da logisch die ein oder anderen kühlen Getränke zu euch nehmen. Wir haben uns auch schon was bestellt. Den Indoor-Bereich habt ihr ja schon gesehen. Das ist auch sehr gemütlich. Gerade in der kalten Jahreszeit mit dem Kamin, der da installiert ist. Aber der Außenbereich gefällt mir im Sommer doch ein bisschen besser. Und den zeige ich euch jetzt auch mal. Hier kommt auf jeden Fall Urlaubsstimmung auf. Und das in NRW. In Brühl. Die Getränke sind angekommen. Wir haben uns leckere Ipanema bestellt. Und das können wir uns wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist alkoholfrei. Wirklich super. Und gleich kommt noch was zu essen. Was das wird, das zeigen wir euch auf jeden Fall, wenn es ankommt. Ihr habt die Möglichkeit bis 22 Uhr Snacks hier in der Jafari Bar zu bestellen. Und ihr fragt ja immer, was kostet der ganze Spaß? Also ich würde sagen, die Snacks kosten zwischen 5 und 13 Euro. Also alles so ein bisschen mit dabei. Und ich glaube, da findet jeder was. Es sind auch wirklich sehr, sehr interessante Snacks drin. Wir haben uns zum Beispiel für die englische Kolonie entschieden. Das ist ein Sandwich. Und einmal für den afrikanischen Flammkuchen. Und wir sind sehr gespannt, was auf uns zukommt. Mh, Sandwich und der Flammkuchen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Aber wir haben jetzt aufgegessen. Es war sehr lecker. Es war leicht scharf, muss man wohl dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes. Und wir haben es bis jetzt noch nicht probiert. Lohnt sich auf jeden Fall für den kleinen Hunger. Kann man das wunderschön snacken. Gerade auch mal ein bisschen fresh gemacht. Wir wollen jetzt zum Essen gehen. Und es ist so, dass leider aktuell immer noch nur das Buffet-Restaurant hier in Matamba auf hat. Was jetzt nicht so schlimm ist. Wir sind jetzt nicht so die größten Buffet-Fans. Aber man kann das auf jeden Fall besuchen. A la carte. Hat noch zu. Aber man muss sehr frühzeitig einen Tisch reservieren. Und es langt noch nicht mal, dass wenn ihr jetzt um 9 Uhr anreist, euch dann einen Tisch reserviert. Zumindest bei uns ist es so. Also zumindest wo wir gekommen sind. Um 8.30 Uhr habe ich gedacht, nö, schon alles voll. Ich habe quasi keine Tischgarantie. Beim Frühstück habt ihr quasi nur eine Frühstücksgarantie. Dass ihr auf jeden Fall Frühstück. Jetzt haben wir quasi noch so eine Liste bekommen, wo wir quasi in Brühl essen gehen könnten. Da kenne ich jetzt den Schlossbürger. Der ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, wir haben uns dann jetzt auf eine Warteliste gesetzt. Und es wurde gesagt, hey, schaut doch einfach unten mal beim Restaurant vorbei. Das probieren wir jetzt vielleicht auch mal aus. Also 20 Uhr ist eigentlich unsere Warteliste. Also 20 Uhr Wartelistenplatz. Die meinten, dass es aber ab 21 Uhr erst sein kann, dass wir einen Platz, einen Tisch kriegen. Genau. Sollte es jetzt hier nicht funktionieren, können wir auch noch mal kurz ins Lingenbau rüber gehen. Und da gucken, ob wir da noch einen Tisch kriegen zum Essen. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Es ist echt ein bisschen blöd. Sie wissen halt, also es ist halt Corona-bedingt, kann man es schon verstehen, dass das Restaurant aktuell nicht auf Vorderkapazität fahren kann. Aber wenn man dann halt im Hintergedanken hat, dass halt zwei à la carte Restaurants einfach zu haben, die halt auch dann noch Leute schlucken könnten, ist halt nicht so optimal. Und die Leute dann halt irgendwie nach Brüll zu schicken, wenn man kein Geld verdienen will. Ja, das ist halt echt. Ich meine, dass wir einen Schuh hätten ja auch locker aufmachen können. Naja, schade Schokolade. Ja, wir können leider noch nicht ran. Ich habe gerade mal nachgefragt und die meinten, nee, wir rufen sie dann an. Und ich habe gesagt, aber wir durften ja auch, also uns wurde auch gesagt, dass wir auch einfach so mal vorbeifragen können. Ja, ja, das geht auch, aber es wäre nichts frei. Die rufen uns an. Und ja, mal gucken. Wir müssen halt noch ein bisschen warten. Auch in der Bar drin ist es relativ voll, sodass man da aktuell auch keinen Platz bekommt. Es ist halt echt ein bisschen schwierig in den Phantasat-Hotels, da sie halt dann doch ein bisschen zu klein gebaut worden sind. Und wir probieren aber jetzt unser Glück einfach mal im Lingbau. So, die Situation ist echt nicht cool. Wir waren gerade noch im Lingbau, da ist auch alles voll. Und wir haben uns jetzt doch entschieden, nach Brüll zu fahren. Die Stimmung bei den Hotelgästen ist auch nicht so nice. Ich habe dafür teilsweise Verständnis. Sie arbeiten, glaube ich, auch an der Lösung. Ist halt nicht so cool. Also der Lieferdienst geht hier gerade rein und raus, weil die Leute sich alle Pizza bestellen. Und der Park hat halt so viele Restaurants, die man besuchen kann. Ist so, wie es ist. Wir kennen die Buffet-Restaurants hier. Ich blende euch auch noch mal ein bisschen was ein, wie das Essen ungefähr hier aussieht. Das ist aktuell kein Normalzustand im Hotel. Es läuft eigentlich ein bisschen besser, aber heute halt leider nicht. So, zehn Minuten mit dem Auto später. Wir sind hier beim Seasons und da werden wir jetzt was essen. Also wir sind jetzt gerade in Brüll angekommen. Da waren wir tatsächlich schon mal, wo wir im Hplus übernachtet haben und haben da nicht gegessen, haben wir was getrunken da. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier das Essen ausprobieren. Wir haben gerade Essen bestellt und wir sind, glaube ich, relativ glücklich gerade. Vielen Dank lieber an dieser Stelle für die Empfehlung hier. Also das hört sich wirklich sehr gut an. Wir sind gerade richtig, haben so einen Hunger. Wir haben jetzt einen Vorspeis bestellt für alle. Dann haben wir noch einen Hauptspice und eventuell noch ein Dessert. Mal gucken, was wir shoppen. Wir haben jetzt unser Essen bekommen, beziehungsweise die Vorspeise. Und es sieht wirklich sehr lecker aus. Sieht echt gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wir haben hier gerade unseren Burger bekommen. Der sieht schon ziemlich, ziemlich leise aus. Sie hat einen Double Burger. Die Bibi hat einen... Mexican Burger. Mexican Burger. Und du hast? Ich habe Schweinemedaillons mit einer Whisky-Honigsauce. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich habe einen guten Hunger. Wir haben gerade unser Dessert bekommen. Es ist der Caramel Cheesecake. Der sieht schon gar nicht mal so, so schlecht aus. Hier hätten wir noch eine Mousse au Chocolat. Und da hinten hätten wir noch einmal diese leckere Apfel-Apfel-Apfel-Apfel-Apfel-Apfel-Apfel mit Eis. Willst du auch vielleicht mal probieren? Ich probiere auf jeden Fall. Schau mal, probier du doch mal als erstes. Schauen wir rein. Es sieht auch, die haben hier diese Streusel. Oh, das ist aber sehr flüssig, ne? Wie sa数. Meck mich. Ja, wir kommen hier gerade vom Essen und das war eigentlich ganz cool. Die Vorspeise war lecker, der Hauptgericht war lecker, mit dem Dessert war man jetzt nicht so zufrieden. Ja, es sind kein Karamell-Teascake, weil das ist irgendwie Wasser. Genau, er war sehr süß. Ich fand, man konnte es essen, es war jetzt nicht richtig geil. Aber ich finde, dass es auf jeden Fall eine gute Alternative war und es war im Endeffekt auch gar nicht so schlecht, dass das Phantasial an uns nicht bewirten konnte. Weil wir haben was Geld gespart, ne? Wir haben ein bisschen Geld gespart, das war deutlich preiswerter hier. Und man hat nochmal eine andere Location kennengelernt. Und das ist ganz cool. Für uns geht es aber jetzt direkt wieder ins Hotel. Wieder ins Hotel, genau. Und das Ganze findet ihr eigentlich hinterm Schloss Brühl, kann man so sagen, ne? Genau. Ja, und jetzt geht es wieder ab, zurück ins Hotel. Neuer Tag, neues Glück, meine Güte. Wir haben heute oder in der Nacht sehr gut geschlafen. Ist ein ganz normales Bett, ist jetzt nichts krass Besonderes, nicht so wie im Lingbau, dass man da ein Spock-Springbett hat. Die Vivi macht sich hier hinten schon im Bad ready. Hallo! Und ja, für uns geht es jetzt gleich zum Frühstücksbuffet. Frühstücksbuffet ist analogisch garantiert, im Normalfall sollte es zumindest garantiert sein. Da müsst ihr euch auch vorab ne Reservierung machen an der Rezeption. Ach so, also das kostet immer mal ganz was. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, am Pool zu fahren, um zu frühstücken. Ja, da meckert es bestimmt jetzt nicht so weit weg. Können wir auch frühstücken. Bibi, das ist ein Drei-Sterne-Hotel mit einem Vier-Sterne-Preis. Da kann man nicht erwarten, dass es für alle am Abend einen Sitzplatz beim Essen gibt. Ich entschuldige, dass meine Anforderungen ein bisschen höher sind, als vielleicht gedacht, ja. Hey, aber wir haben sehr gut gegessen und wir haben dafür so ein bisschen Verständnis analogisch. Aber wir wollen trotzdem nochmal ein bisschen aufs Buffet eingehen. Wir kennen das Buffet analogisch hier vor Ort und ich blende euch jetzt auch auf jeden Fall mal Bilder ein, was euch da so erwartet. Es ist halt richtig cool, besonders für Kinder. Es gibt halt so einen richtigen Kinder-Pizza-Ofen. Es gibt ein separates Kinder-Buffet. Es gibt eine Live-Cooking-Grill-Station, wo man halt auch solche Sachen wie Zebra, Krokodil bekommt. Und halt auch ein paar außergewöhnliche Fleischsorten, die man jetzt nicht so an jeder Ecke findet. Und das ganze Buffet ist auch so ein bisschen spezieller aufgebaut. Es gibt Brotsalate, es hat analogisch so ein bisschen Afrika-Theming. Und ja, wir sind persönlich nicht so die krassen Buffet-Fans. Man kann das Buffet auf jeden Fall hier unten besuchen. Für Kinder ist es auf jeden Fall ein Highlight bei dem schönen Kinder-Buffet. Aber man muss halt auch sagen, dass die Essensqualität beim Buffet manchmal schwankt. Es gibt auch in Normalzeiten ein à la carte Restaurant. Das würden wir euch auf jeden Fall empfehlen und bevorzugen. Gerade wenn ihr zu zweitzeit oder so besucht das à la carte, wenn es offen hat. Das ist wunderschön und preislich ist es auch nur ein bisschen teurer als das Buffet. So, jetzt habe ich genug geredet. Für uns geht es zum Frühstück. Vivi, bist du ready? Gleich. Gleich, okay. Ja. Und was machst du da? Ich lege gerade mein neues Corona-Bändchen für den heutigen Tag an. Genau, es gibt jeden Tag eine andere Farbe. Heute ist Lila am Start. Ja. Und jetzt können wir wohl losgehen, oder? Ja. Maske. Dankeschön. Früche. Ja. Auf zum Frühstück. Juhu. 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 Ich bin gerade beim Frühstücksbuffet angekommen. Draußen war eine kleine Schlange, ging aber alles relativ zügig. Noch? Noch. Jetzt haben wir quasi 45 Minuten Zeit zum Essen. Das sind quasi die Frühstücksslots. Das langt in der Normalzeit, langt das auch eigentlich. Man muss seine Getränke vorher aufgeben, sowas wie Kaffee, Cappuccino oder Kakao tragt ihr in die Liste ein und jetzt geht's zum Frühstückscafé. Hey! 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 build'n Begrüßung hey Hey! 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 Wir sind schon beim Frühstück angekommen und es ist wirklich eine mega gute Auswahl. Ich habe das Gefühl bessere Auswahl als in dem Bau. Es gibt auch Mett hier, es gibt auch warme Sachen, also wirklich sehr 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 lieb. Zimtschnecken hast du da, ja. Zimtschnecken, oh mein Gott, mega. Gerade vom Frühstücksbuffet und man muss schon sagen, das ist echt eine sehr sehr große Auswahl. Ich finde die Auswahl sogar besser als im Lingbau. Und ja, wie hat dir das Frühstück geschmeckt? Ich fand es auch super gut, es gab zum Beispiel auch Mett. Es gibt super verschiedene Dinge, die es auch im Lingbau nicht gibt. Also man hat wirklich super viel Auswahl und es schmeckt wirklich sehr gut. Und ich muss sagen, mir gefällt auch das Kinderbuffet dort viel viel besser. Genau, die Kinder haben dann auch mal so ein separates Kinderbuffet, wo es dann so einen kleinen Eingangstürchen gibt, wo man dann reingehen kann. Das sieht echt wunderschön aus. Ich finde auch der ganze Frühstücksraum sieht sehr cool aus und ist sehr gut gestaltet. Man hat so Separees, wo man sitzt und so. Ist schon ziemlich nice. Aber leider ist der Frühstücksraum halt auch ein bisschen zu klein gebaut worden, damals fürs Hotel. Deshalb kann es halt an vollen Tagen zu längeren Wartezeiten kommen. Obwohl es jetzt aktuell ja auch so ist, dass man vorher einen Frühstückstermin macht, kann es trotzdem nochmal sein, dass man vor dem Frühstück so 20 bis 30 Minuten wartet, bis man zum Platz kommt. Dies ist dann logisch auch nur eine Momentaufnahme. Aber das mit der Frühstückssituation, das bemängeln wir schon seit Jahren hier in den Hotels. Schade, dass das halt auch nicht geändert wird. Vor allem wissen die ja auch, dass das ein großes Problem ist. Wenn das nicht wäre, wäre es perfekt, wirklich ohne Scheiß. Das sind wirklich so Sachen. Aber da sind halt nicht nur wir frustriert, da sind halt auch viele andere Gäste frustriert. Das Hotel Matamba ist ja auch so ein bisschen das Familienhotel von den drei Hotels, die das Phantasialand aktuell hat. Und es gibt da logisch ganz viele Sachen, die die Kinder auch noch machen können. Hier draußen ist ein wunderschöner Garten, wo man klettern kann. Man kann von der Seite auf die andere Seite klettern. Es gibt hier auch noch ein Bällchenbad, was aktuell bei unserem Besuchstag nicht offen war, was aber auch sehr schön ist. Und im Hotel selber gibt es auch eine Wand, wo man klettern kann zum Buffet. Also es ist halt durch und durch ein cooles Familienhotel, da hat man auf jeden Fall Spaß. Und ich finde halt auch den Garten wunderschön. Hier kann man auch frühstücken. Es gibt auch ein à la carte Restaurant auf dieser Seite, was leider bei unserem Besuch tags zu hatte. Es ist ein sehr, sehr gutes Restaurant, sehr guter Service. Wenn das offen hat, wir können euch das echt nur empfehlen, da zu essen. Und es gibt auch eine Logik für das Buffet auch noch einen Außenbereich. Und ich würde sagen, wir packen unsere sieben Sachen und dann müssen wir schon wieder leider das schöne Hotel verlassen. Wir haben unsere sieben Sachen gepackt. Und das heißt, dass wir auschecken müssen. Checkout ist spätestens um 11 Uhr und der Park macht um 9 Uhr auf. Also ihr könnt quasi vom Hotel schon um 9 Uhr den Park. Spätestens um 11 Uhr müsst ihr aus dem Zimmer draußen sein. Es gibt in Ausnahmefällen auch eine Möglichkeit, Late Checkout zu machen, wenn ihr irgendwie noch eine Stunde länger bleiben wollt. Fragt da einfach mal lieb an der Rezeption nach. Die sind meistens immer stets bemüht und gucken, dass sie halt alles machen können, was sie machen könnten. Ist eine 24-Stunden-Rezeption. Da wird euch auf jeden Fall immer geholfen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr ein Taxi braucht, wenn ihr Bademäntel braucht oder irgendwas anderes braucht. Oder auch eine Zahnbürste, wenn ihr solche Sachen vergessen habt oder einen Rasierer vergessen habt. Da unten wird euch auf jeden Fall geholfen und die sind stets bemüht. Wir werden das Zimmer verlassen und ja, gleich melden wir uns dann nochmal. Hier gibt es den Quick Checkout. Wirklich sehr zu empfehlen, wenn ihr alles gezahlt habt. Einfach Karte rein, zack und ausgecheckt. Das war unser Aufenthalt hier im Hotel Matamba. War echt wieder schön vorbeizuschauen und wie gesagt, es war auf jeden Fall eine Momentaufnahme. Wir kennen es auch, dass es ein bisschen besser im Hotel läuft. Aber wenn ihr sagt, hey, das Matamba ist jetzt vielleicht nicht so im Mainz-Stil, ich will ein bisschen mehr Wellness haben, haben wir dafür dann auch ein Video. Das Ling Bao, direkt nebenan. Schaut oben mal im i vorbei. Oder wenn ihr noch ein paar Abenteuer erleben wollt, dann schaut doch mal beim Hotel Charles Lindbergh vorbei im Video. Genau, also alle drei Hotels vom Phantasien sind hier definitiv vertreten. Und schaut vorbei, wir würden uns freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euch noch viel Spaß. Auf YouTube. Bis dann, Hannah. Tschüss. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.